Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus, auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem Ebay-Shop verkaufe. Heute habe ich hier eine kleine Schmucksammlung mit Silbersachen und türkisfarbenen Steinen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir heute finden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt fangen wir hier mal mit einer Kette an. Schöne silberfarbene Kette, so ganz modernistisch. Eine Marke sehe ich hier nicht. So sieht sie aus. Und eine kleine silberfarbene Kette mit einem Anhänger. Ich gucke noch mal unter der Lupe. Sarah Coventry, Sterling Silber. Also die Kette ist schon mal eine echte Silberkette. Auf dem Anhänger steht jetzt keine Marke drauf. Der Anhänger ist so schön hellblau, silberfarben. Sehr schönes Design. Und nochmal eine lange Kette mit so ganz ungleichmäßigen Kettenteilen. Auch in Silber. Auch in Silber ohne Marke. Die Kette hier ist etwas länger. Auch ein schönes Modeteil. Finde ich auch sehr gut. Und dann habe ich hier Ohrringe. Hier ist der zweite in Tropfenform. Auch mit einem schönen hellblauen Stein. Der so ein bisschen grau marmoriert ist. Ein moderner Ohrring. Und hier ein sehr schöner Vintage-Ohrring. Marke Nepier. Ein schöner Nepier-Ohrring. Hier mit den einstellbaren Clip-Teilen. Das finde ich immer sehr gut. Dann kann man die Größe auf das eigene Ohr einstellen. Sehr schöne Ohrringe. Die gefallen mir gut. So eine Art Clip-Kreole. Dann, was haben wir hier? Den finde ich auch sehr schön. So ein leicht ethnisch wirkender Ohrhänger. in einem dunkleren Silberton. Gucken wir mal, ob ich den zweiten habe. Ja, hier ist der zweite. Den kriege ich nicht so leicht raus. Also die Ohrringe finde ich sehr, sehr schön. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein abstraktes Herz hier oben. Ein dunklerer Silberton und dann so gehämmerte Stäbchen. Sehr schöne Ohrringe. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Dann, oh Gott, die Ketten, das wird ja heute ein Spaß für mich. Also das schreibe ich mal auf. Hier habe ich eine Silberkette mit Schraubverschluss. Ein schönes, schlichtes Design mit Stäbchen und kleinen Silberkugeln. Sehr schöne, schlichtere Kette. Dann habe ich hier einen Ohrstecker. Der Ohrstecker, ist das der zweite? Nee. Der Ohrstecker hat einen Pfeil vorne drauf. Mal sehen, ob ich den zweiten finde. Dann ein sehr schöner Ohrring ist der hier. Mit einem tollen Schmuckstein. Sehr schönes Blau. Ein ganz toller Ohrring. Wo ist der zweite? Ja, den sehe ich gerade auch nicht. Dann habe ich hier Ohrringe, längere Ohrringe in Silber. Auch wieder mit einem türkis, von dunklen, türkisfarbenen Stein. Ah, hier ist der zweite. Hier ist der zweite, leicht angelaufen. Könnte vielleicht auch Silber sein. Und umfasst so ein indianisches Design. Also das gefällt mir sehr gut. Marke steht keine drauf. Auch diese Stäbe, diese feinen Stäbe. Sehr schöner Ohrring. Gefällt mir. Dann habe ich hier einen Ohrring. Auch ohne Marke. Mit einer blauen Emalje. Auch ein Ohrstecker, also ein etwas modernerer Ohrring. Auch sehr, sehr hübsch. Gefällt mir gut. So, dann versuche ich jetzt mal die Ketten auseinander. Hier ist eine Kette mit einem C-Marke drauf. Hatte ich, glaube ich, schon mal gefunden. Ich weiß immer noch nicht, welche Kollektion das ist. Das ist auch eine schöne Modekette. Mit so gehämmerten, runden Teilen. Etwas länger. Finde ich auch wieder schön zum Kombinieren mit mehreren Ketten. Dann sehe ich hier ein nettes Armband mit Rosen. Ist da eine Marke drauf? Ich gucke noch mal unter der Lupe. Ne, keine Marke. Aber ich finde, das ist sehr schön ausgeführt. Also die Rosen haben noch mal in der Mitte so einen schönen Strassstein. Und das sieht auch vintage aus. Schön. Ah, hier ist noch mal der Stecker. Der kleine Silberstecker mit dem Pfeil. Und hier sehe ich einen Ohrring im Federdesign. Toll gemacht. Also wie jede einzelne Feder ist praktisch sichtbar. Finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier eine Brosche. Guck noch mal nach einer Marke. Nein, auch keine Marke. Ein schönes helles Türkis in der Mitte. Und mal wieder eine Blattbrosche. Schön. Dann habe ich hier eine sehr schöne Kette, ich finde. Oh, Marke. Guck noch mal unter der Lupe. Das ist Whiting and Davis. Sehr gut. Das ist eine sehr gute Herstellung. Interessant, aus welcher Zeit das so ist. Das macht eigentlich auch einen modernen Eindruck. Also es könnte auch wirklich Schmuck von heute sein. Und auch die Kette ist sehr, sehr schön. Mit diesem kleinen Karomuster drauf. Sehr gutes Teil. Finde ich sehr gut. Ah, hier ist der zweite Ohrring. Der ist also komplett. Und hier habe ich einen sehr schönen Ohrring. Der zweite. Ne, sehe ich jetzt nicht. Ein ganz interessanter Stein. So ein bisschen. Da steht was drauf. Oh. 18 Karat steht drauf. Also vielleicht. Könnte das Gold sein. Und vielleicht ist der Stein auch echt. Dann. Mal sehen, ob ich einen zweiten finde. Und dann habe ich hier einen sehr schönen Ohrring. Mit Plättchen. Hier ist der zweite. Ja. So ein türkisfarbenes Plättchen. Und dann wieder ein silbernes Plättchen mit Muster darunter. Ein sehr hübschen, mehrlagiger Ohrhänger. Ah, hier sehe ich den zweiten. Ja, hier steht auch. 18 Karat drauf. Also ich werde es ins Video schreiben, ob er echt ist, ob er den Gold, der es besteht. Aber das wäre ja jetzt mal wirklich ein toller Fund, weil ich auch das Design der Ohrringe sehr, sehr schön finde. Toller Stein. Es sieht auch unterschiedlich aus. Oh wow, toll. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Sehr schön. Tolle Ohrringe. Dann habe ich hier eine Kette, eine Modeschmuckkette mit einem, könnte auch ein Stein sein, mit so einem türkisfarbenen Tropfen als Anhänger. Und dann habe ich hier einen Ohrclip. Hier ist der zweite. Da könnte auch eine Marke draufstehen. Ich gucke mal. Whiting & Davis steht wieder drauf. Ist das womöglich? Ja, könnte man zusammentragen. Das ist nicht ganz ein Set, glaube ich, weil dieser Rand hier sehr markant und verziert ist. Und der Stein ist anders gefasst, aber der Stein ist gleich. Das ist schön. Das gefällt mir gut. Und dann habe ich hier eine Kette. Tolles Blau. Eine schöne... Oh, hier war noch ein Brei-Schild dran. Oh, die ist von Napier. Schöne Kette in einem sehr guten Zustand. Also ich glaube, das ist auch eher modern. Kein sehr altes Napier-Teil. Und das, genau, das sind hier noch die Ohrringe. Ein schönes Set. In Blau, sehr schön. Die Ohrringe sind auch Ohrstecker und so ein kleiner blauer Tropfen. Dann habe ich hier einen Ring. Da steht auch was drin. Ich gucke mal unter der Lupe. Vogue. Vogue steht drin. Ja, hübsch. Doch so ganz reich verziert, mit so kleinen verzierten Herzen. Das werden wir gleich probieren. Schön. Ganz edel aus. Gefällt mir gut. Dann sehe ich hier einen Ohrring. Einen Hänge-Ohrring als Schlange. Uh, ihr Maul ist offen. Sehr gefährlich aus. Eine reich verzierte Schlange. Sehr, sehr liebevoll, detailreich gemacht. Finde ich eine zweite? Ja, ich habe eine zweite. Also der Ohrring ist auch komplett. Der hat auch was. Ich finde den besonders. Gefährlich, aber schön. Sehr schön. Dann habe ich hier einen Anhänger. Anhänger. Mhm, da steht auch was drauf. Mexiko. Einen schönen Anhänger aus Mexiko. Also, toll. Das ist so ein Inlay. Und die Steine, das werden Türkise sein, denke ich. Und auf dieser Seite, der grüne Stein, ja, das sieht man auch, das ist Malachit. Mein Lieblingsstein. Ganz toll. Toller Fund. Das finde ich toll. Ja, das ist schon mal super. Hier habe ich noch einen Ohrring. Das sieht doch nach Gold aus. 18 Karat wieder. Sieht exakt so aus wie dieser Ohrring. Wow. Toll. Und der zweite ist auch dabei. Ganz, ganz tolle Ohrringe. Ganz tolle Ohrringe. Dieser Stein ist auch so ganz hell. Könnte ja auch ein Türkis sein. Es kommt ja immer auf die Farbe, die Farbe kommt ja immer darauf an, wo der Türkis herkommt. Tolle Ohrringe. Also, ich hoffe, sie sind echt. Ich werde es ins Video schreiben, ob ich diesmal wirklich Goldglück hatte in einem silbernen Paket. Und dann haben wir hier zwei Ketten, die zusammenbleiben wollen. Endlich. Hier eine Modeschmuckkette mit einem runden Anhänger mit kleinen Glitzersteinen drauf. Sehr schönes Design. Schön schlicht. Dann habe ich hier eine Kette, wieder eine Marke drauf. Sarah Coventry. Sarah Coventry. Sieht sehr schön aus. Mit den kleinen Steinen. Irgendwie sieht das so aus wie die Brosche hier. Aber das war ja nicht von Sarah Coventry. Aber sehr schöne V-Kette. Und hier habe ich noch eine Kette. Hier steht auch eine Marke drauf. Auch wieder Coventry. Auch eine Sarah Coventry Kette mit Türkis und gehämmter Platte. Eine sehr schöne kleine Kette. Und noch mal eine Federbrusche. Schöne Federbrusche. Sehr schön. Ja, also das war ein, aus meiner Sicht, ein ganz, ganz tolles Paket. Sehr klein, aber fein. Mit diesem tollen Set oder Fast-Set von Whiting & Davies. Dann finde ich diese Ohrringe super schön von Napier. Ich finde, das wird ein moderner Ohrring sein. Aber der hat ein sehr schönes, ungewöhnliches Design. Den finde ich ganz toll. Der hier. Ich freue mich ganz besonders über den Anhänger aus Mexiko. Mit dem tollen Malachit. Und dem Türkis. Dann natürlich, was ganz toll ist, finde ich, diese Ohrringe, die gefallen mir. Also sollten sie nicht aus Gold sein, wäre mir das egal, weil die so schön sind. Wirklich schön. Und der natürlich auch. Der ist auch toll gemacht. Also ich vermute doch, dass das Gold sein könnte. Sonst würde man ja sich nicht so viel Mühe geben mit der Fassung und dem Ganzen. Also das ist ein super Fund. Zwei kleine Ohrschrauben. Dann finde ich das Armband mit den Rosen toll. Das ist auch so ein sehr Vintage-Design ist. Das ist gar nicht so richtig hier dazwischen passt. Aber sehr, sehr schön ist. Ich finde diese Ohrringe toll mit dem ungewöhnlichen Schmuckstein. Und diese langen Ohrringe, sehr schön. Das wäre ja ein ganz, ganz toller Jeans-Look, wie ich finde. Der und der. Ja, und natürlich die Schlangenohrringe. Das finde ich auch sehr ausgefallen. Ich liebe es, etwas Neues und Ausgefallenes zu finden. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schenkt mir ein Like und schaut nächste Woche wieder rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann.